Yo was geht ab Leute und willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch einen coolen neuen On Top auf Museum Glitch zeigen oder Out of Map Glitch. Ihr könnt da an mehrere Orte hingehen und die erste Sache was ihr braucht ist die Mobilisierung und die Tarnung. Die zweite Sache was ihr braucht ist die Wunderbüchse und die dritte Sache was ihr braucht ist ihr müsst die Landekapsel nach unten setzen, dass sie am Boden ist. Wenn ihr jetzt da reingeht müsst ihr genau 60 Schuss oder 50 Schuss gehen auch da oben hin schiessen. Natürlich müsst ihr zu zweit sein für das. Und wenn ihr die 50 oder 60 Schuss da oben reingefeuert habt muss der Kollege sich selber töten. Dieser Glitch gibt es ja schon lange aber jetzt kann man es machen ohne dass man zum Bosskampf fahren muss und wieder zurück geht. Man muss einfach so machen und dann klappt das optimal. Was ihr als nächstes machen müsst ist die Wunderwaffe muss wieder aufgefüllt werden bis auf 50 oder 60 Schuss. Wenn ihr euch umdreht stehen da 1000 Zombies wieder auf der Mauer drauf und ihr könnt einfach die Spezialattacke machen. Dass beide wieder 50 oder 60 Schuss haben und wenn ihr beide das habt kann der Kumpel wieder in die Raumkapsel gehen. Aber bevor ich den Glitch weiter erkläre will ich euch noch sagen dass ihr mich wirklich toll unterstützt letzter Zeit. Und ich würde mich freuen wenn ihr ein Abo und die Glocke aktiv macht weil das würde mich echt freuen. Und ich finde das richtig cool von euch dass ihr mich wirklich so gut unterstützt. Und wenn wir die 1000 Abonnenten geknackt haben dann gibt es 1000 Abonnenten speziell und das gebe ich mir echt Mühe und ich bin jetzt schon ein bisschen am überlegen was man machen kann. Und ja kommen wir weiter zum Glitch. Wenn ihr drauf schiesst müsst ihr wenn ihr keine Munition mehr habt ab dieser Raumkapsel runterspringen. Und weil ihr ja aufgehört habt zu schießen kommt sie wieder runter und das heisst euer Kumpel kommt auch wieder runter. Und wie ihr seht bin ich da auf dem Museum drauf leider nicht auf dem Dach oben weil das geht nicht das ist einfach eine Luft da oben das ist nur keine Ahnung man kann einfach nicht aufs Dach hoch finde ich ein bisschen schade aber so ist auch cool. Und jetzt könnt ihr da 1000 Runden überleben und könnt ein bisschen erforschen gehen und ja ihr könnt das Video noch zu Ende schauen ich höre auf zu reden hier meine Stimme wollt ihr sicher nicht mehr länger hören. Und ja Leute wenn euch das Video gefallen hat Daumen nach oben ein Abo würde mich freuen und man hört sich im neuen Video wieder. Bye bye. Bye bye. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.